Hey, 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 hallo Leute und willkommen zurück zu Noobs bei der Arbeit. Wir stehen hier mit dem Gomm im Hintergrund und ihr habt gerade gesehen, der Bass ist offline gegangen und wir spielen heute... Äh, Bedwurz? Ja, Bedwurz! Nein, ich muss es jetzt, bin ich wieder taub. Bedwurz, ich muss immer wieder ins Ohr schreien, denn die Zuschauer haben sich ja beschwert beim Hit-Haus, dass ich nicht ins Ohr geschrien habe beim letzten Mal. Und deswegen muss ich ins Ohr schreien. Oh, nein, 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 Kalle, 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 oh, ich bin taub. Das nächste Mal stellst du dich bitte auf die andere Seite, weil das eine Ohr ist schon durchgehämmert. Warte, warte, warte. Nein, nicht jetzt! Okay. Hallo, Metos, hörst du mich? Hallo, Metos, hast du mich hören? Äh, was? Hallo, Metos, hörst du mich? Ich glaube, du hörst nur ein Piep oder so. Hallo, Metos, hu hu. Hallo! Weißt du, was ich gerade so höre? Ja, so. Kennst du das, wenn auf ZDF oder ARD die Sendung zu Ende ist und dann nur noch so bunte Streifen da sind? So, Piii. Metos, Metos, ich guck das nicht. Ich guck so die Sender nicht. Ich auch nicht. Ich hab das das letzte Mal gesehen, als ich ein Kind war. Ja, auch das war. Weil Oma das hat immer geguckt, weißt du? Oh ja, stimmt. Die alten Damen und die alten Herrschaften, die haben das immer geguckt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, Leute, wir gucken heute Bad Wars. Ja, wir gucken uns das an. Wir spielen heute Bad Wars und Metos muss erst mal Hallo sagen. Hat das überhaupt schon Hallo gesagt? Ich weiß gar nicht. Nein, du lässt mich ja gar nicht dazu kommen. Hallo, Minecraft-Freunde. Ja, dann lass uns mal anfangen. Heute war sehr chaotisch. Genau, wir fangen gleich mal an mit einer Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer Runde, aber er ist gleich. Und bitte, Leute, damit ihr es richtig geil habt. Ah, nein. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind ja auch in einer Runde und da vorne, der Typ sammelt schon fleißig. Ja, ich sammle auch. Macht gleich Blöcke und Rüber-Methos, ne? Denk dran. Ja, 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 ähm. Wohin rüber? Okay, der Typ hat Ahnung von Bad Wars, das ist geil. Der macht sofort Blöcke rüber und zack. Also der Typ ist wirklich einer, ich glaube, wir haben da eventuell, wenn wir Glück haben, einen guten Teammate, weil meist habe ich das so, wenn ich nicht irgendwelche Kremten spiele. Ach nee, ich musste ja tauschen, ich musste ja dann tauschen. Bei den Villager, ne? Genau, du musst bei den Villager das holen. Genau, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Äh, was, erst mal Blöcke, ne? Ja, ich bin schon in der Mitte mit dem Typen. Hier, 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 hier. So. Ich häff' dir mal Steine runter. Was, Steine? Wo bist du denn? Ja, ich häff' dir mal Steine runter. Ich bin schon in der Mitte mit ihm. Ach da. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich da irgendwie das so mache, dass... Alter, der kriegt ja überhaupt einen Knockback, der Blödmann. Ähm. Oh, bei mir lags, bei mir lags, bei mir lags, bei mir lags. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt könnte er mir vorbei. Ah! So, jetzt, warte mal. Ich will mal gerade gucken, Rüstung sollten wir vielleicht auch haben. Und, ähm... Der baut erst mal wieder unseren Weg ab, aber gut, das ist mir jetzt gerade relativ egal. Oh ja, gut, das ist ein... Auf jeden Fall, der hat Ahnung. Das kommt mir wirklich vor, dass der Ahnung hat. Warte mal. Dann, äh... Machen wir hier so einen noch. Ähm, okay. Warte mal, ich mach das gleich mal doppelt hier. Dass wir gleich komplette Rüstung haben. Ähm. Warte mal. Ja, das muss rein. So, so. Ähm. So. So, natürlich muss ich den erstmal schreiben. Also, das muss ich echt... Das ist echt cool. So, dann haben wir für jeden... Ey, was mach ich denn? So. Dann haben wir für jeden dann gleich. Äh, zack. Aber bei mir lags ein bisschen ab und zu, komischerweise. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich schmeiß dir mal Rüstung hin. Kommt jetzt. Ja, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Äh, echt jetzt? Ach so, Lederrüstung. Ja, Lederrüstung kann ich gebrauchen. Ja. Und Hanisch hab ich hier auch noch. Nee, Hanisch hab ich schon. Ähm, wo ist denn, wo ist denn der andere Bursche? Hanisch hab ich schon. Zieh mal den Hanisch an, Metos. Hier, Hanisch werf ich schon. Ich hab doch Hanisch. Mach mich doch nicht fertig. Äh, warte mal. Ähm. Ich hab schon an. Ich muss mein ganzes nochmal Fleisch nehmen, weil... Ach so, das bist du ja. Wo ist denn der andere? Der ist schon weg. Da ist er, da ist er. Ja, der rennt als, äh, nur weg hier. Irgendwie leckt's bei mir ein bisschen nebenbei, weil ich hab, äh, mein PC ist zu voll. Der wirft hier alles ab. Ich hab so viel voraufgenommen. Oh, nein, nein, ich muss hier weg. Äh, weil ich hab... Nein! Ich hab doch alles dabei. Das ist so hart. Alles wieder weg. Ey, der kommt hierher. Kalle, 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 Kalle. Jajajaja, der ist schon tot, der ist schon tot, der ist schon tot. Okay, gut. Ähm, und ich brauch eine neue Rüstung jetzt. In der Kiste sind Sachen drin. Ja. Warte mal, ich sammle erstmal noch ein bisschen. Ja, genau, sammeln. Mach das mal, das macht das mal. Ähm, so, ich mach mal ein paar Blöcke. Also, der Typ kommt jetzt die ganze Zeit rüber. Das ist natürlich eine heftige Sache. Aber, das ist eigentlich... Das schaffen wir schon. Ja, ähm, hauptsache, die hauen noch ein bisschen drauf. Äh, also er jetzt. Weil ich sammle jetzt erstmal wieder ein bisschen. Ja, warte mal. Ähm, schmeißen wir heute hier vorne ein paar Bronze hin. Ich brauch nämlich Einstein. Das Bett. Okay, Bronze. So viel, so viel wie geht am besten. Das reicht mir nicht. Ja, der kommt ja noch. Ähm. In der Truhe liegt auch noch was, ne? Sammle doch ein. Ah. Okay. Dann ruhe ich dir auch noch was. Ah ja, gut. Danke. Dann meint ich mich jetzt Einstein, weil das Bett ist nicht richtig gut zugebaut. Also finde ich zum Beispiel nicht so gut zugebaut. So, warte mal. Ich brauch jetzt auch mal ne Rüstung wieder. Weil sonst hab ich nämlich gelitten gleich. So. Okay, so. Der Typ ist down. Ähm. Dann nehm ich mir mal ganz kurz, äh, Eisen. Mach damit mal ganzes ne Spitzhacke. Pack dann den Rest Eisen wieder rein. Guck ganz kurz, ob da jemand kommt. Hier pack ich auch mal was rein. Äh. Haust du den dann weg, oder? Der blau ist unten. Ja, der blau ist unten. Der blau ist unten. Okay, Metos, pass mal kurz auf. Ich hab kurz das Bett frei gelegt. Ja, ich, ich sammle hier gerade Zeug ein. Okay, ich passe auf. Also bis jetzt kommt noch keiner rüber von denen. Gut. Ich brauch noch mal ein paar Bronze. Ich brauch noch ein paar Bronze. Bring ich, bring ich, bring ich. So, hier hast du. Danke. So, Eisen mach ich in die Truhe rein. Nicht, dass ich es wieder verliere. Okay. Das ist übrigens noch mehr Bronze in der Truhe, ne? Ja, ja, okay, okay. Aber so viel brauch ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich guck mal, wie viel ich noch brauche. Aber ich guck mal, jetzt ist Bronze in der Truhe. Aber was wir brauchen, ist Gold. Gold ist in der Mitte. Pass bitte auf, dass du nicht so schnell stirbst. Ja, das ist der Plan. Und du musst Blöcke mitnehmen, wenn du in die Mitte gehst. Sonst kommst du aus der Mitte nicht raus. Und da kommt schon ein Gegner, Metos. Da kommt schon ein Gegner. Okay, ja, ich bin unten. Ach, Mist, 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 Mist. Der hat ein Schwert und ich hab wieder keins. Ich brauch unbedingt ein Schwert. Was? Was Bett ist da jetzt kaputt? Unser Bett ist noch heile. Unser Bett ist noch heile. Ich bin jetzt richtig nervös geworden. Okay, ich sammle erst mal wieder. Und ich brauch Blöcke. Damit ich da rein und raus kann. Daneben gesprungen. Noob trifft es hier vollkommen. Irgendwie. Oh Mann, ich muss aber irgendwie... Und ich brauch mal ein vernünftiges Schwert irgendwie. Weil sonst kann ich dem echt nichts entgegenbieten. Und ich will noch ein paar Blöcke. Ja, hier ist ein Schwert in der Kiste. Hast du ein paar Blöcke? Hier in der Kiste ist ein Schwert, nimm das erst mal. Ja, hast du Blöcke? Ähm, ich hab mir ein paar Blöcke gemacht, ja. Äh, warte mal. Ich mach mir erst mal ne Rüstung. Moment. Dass ich wieder gewappnet bin. Schau mal hier ganzes zu, damit die hier nicht die ganze Zeit herschießen. Das ist nämlich ein bisschen nervig, dass die uns da hier ganz abschießen. Das heißt, wir haben ja sozusagen in dem Sinne gar keinen Schutz. Der Typ auf jeden Fall versteht was von Bad Wars. Fällt mir auf jeden Fall auf. Also, Methods, ich muss schon sagen, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp. Ähm. Okay. Ich schreib das jetzt mal ganz erst gleich in den Chat, dass er auf unseren Kanälen vorbeischauen soll. So. Warte mal. Einfach Spur. Schau morgen auf unseren Kanälen vorbei und schreib in die Kommis. So. Ähm. Ähm. Kommt kein Gold hier. Wie unsere Namen MC. Bist. Äh. Coole. Sau. So, auf. Äh. Säu. Säu. Schau mal erstmal dafür, dass wir überhaupt wieder hochkommen. Sau. So, kommt hier noch mehr Gold? Oh ja, der hat Gold gebracht. Ja, ich äh, sammle auch gerade Gold. Okay, dann mach ich mir jetzt mal ein Eisenschef mit. Oder schießt einer mit Pfeilen. Das ist nicht gut. Und ich äh, will hier raus. So, wo muss ich hier rum? Hier, 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 hier hinten, hier hinten, wo der Dumme hüpft. Okay, okay, okay. Lauf, 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 lauf. Da kommen die Blauen, da kommen die Blauen. Lauf rüber hier. Ich, ich laufe, ich laufe. So, bin ich. Gelaufen. So, dann haben wir hier nochmal Gold, Eisen und das Zeug. Ich mach mal, ich mach mal das hier Ding hier, damit du hier nicht runterfällst. Das ist nämlich ein bisschen, so, so fällt der Metos nicht mehr. Ja, ne, das ist aber sehr nett von dir. So, das packen wir gleich wieder rein. Zack, zack. Ich brauch ein bisschen Bronze, das hast du ja hier drin. Ja, ja, hab ich da rein gemacht. Ich werd auf jeden Fall noch, oh, der schmeißt hier das ganze Bronze und Eisen wieder weg. Der ist wahrscheinlich jetzt grad nur aufs Gold aus. Ja, der ist nur aufs Gold aus, weil, ist ja klar, Gold ist das Wichtigste, was geht. Ja, ich hab hier grad nochmal sieben Gold eingesammelt. Gut, sofort wieder die Golds kommen, das ist gut. Hier hinten eine Achte hab ich. Das ist gut, ich mach unsere Base noch ein bisschen sicherer. So, dann kann ich hier besser raufen runter. Also, ich hab wieder acht Gold. Und hier sammeln wir auch noch ein bisschen was ein. So. Ich pack das alles in die Truhe hier rein. Mach das. Die Blöcke behalte ich vorsichtig aber bei mir. So, und er kümmert sich da irgendwie drum, das find ich gut. Ich, äh, äh. Nein, 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 nein. Hast du runtergefallen? Ja, der hat mich runtergeschossen, der Noob. Ich wollte rumdrehen. Ich wollte rumdrehen und schnell zurücklaufen, weil der mit Pfeil da ist. Äh, dieser Volank. Ich nehm' mir das andere Schwert. Jo, ich hab ja ein bisschen was drin. So, dann machen wir mal gucken. So, das Eisen brauche ich auch noch ein bisschen, damit ich mir, dann, warte mal, geht da noch ein bisschen was Besseres? Irgendwie, ach scheiße, da kann ich nicht langschießen. So, dann machen wir hier. So, dann. Das da brauche ich einmal. Das da brauche ich einmal. Äh, das da brauche ich einmal. So. Anziehen. So, der ist so. Der ist so. Der ist so. Äh, Mann, Mann, Mann. Warte, ich komm' mal kurz in die Base. Ich nehm' mal Blöcke mit. Ich mach' mir mal kurz den besten Brustpanzer. Lass das Maul, ja. So, zack, zack, zack. Dann nehmen wir den mal raus, nehmen wir den mal an und. Okay. Okay. Ich muss kurz gucken, ob jemand kommt. Ne, es sieht jetzt nicht so aus. Das heißt, ich mach' mir mal ganz so Sofias. Weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit in der Base bleiben. Das heißt, es wird auch irgendwann so sein, dass ich mal ab nach vorne komme. Okay. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier hinten versauern, dass wir ein bisschen blöd sind. Ja, das ist klar, das ist klar. Ja, ich versuche hier so ein bisschen Gold zusammenzukriegen. Ähm, das dauert aber ziemlich lange, bis da Gold kommt, ne? Ja, das ist, glaube ich, alle paar Sekunden gibt's da einen Drop von 4 Gold oder so. Also, es dauert wirklich ein bisschen, bis da was zusammenkommt. Ja, also 4 Gold hab' ich gerade. Alle 30 Sekunden oder jede Minute oder keine Ahnung, wie das da so läuft oder alle 10 Sekunden. Ich hab' keine Ahnung, auf jeden Fall dauert das ein bisschen, bis da was zusammenkommt. Ah, jetzt, jetzt komm's gerade wieder. So, in jeder Ecke ist, äh, Gold da. Siehst du, da hab' ich wieder 8 Gold. Ich bring' das mal voll selber zurück, damit ich, äh, ja nicht wieder Zeug verliere. So. Das nehmen wir auch alles mit. Sehr gut. So. Was ist das hier? Ach, ein Level 1er. Oh, er ist beim Gegner-Team. Der Typ ist übelst nice, ohne Witz, Metos. Der Typ ist richtig nice. Echt, der geht voll drauf, ne? Der geht richtig drauf. Der Typ ist, ey, ohne Witz, der hat's richtig drauf. Also Kupferhammer auf jeden Fall genügend. Und das ist eigentlich nicht meine Art, aber ich hab' zu viele Sachen, das heißt, wenn ich, das ist halt bei mir immer so, wenn ich zu viele Sachen habe, dann, äh, mach' ich Warte mal, warte mal. Mach' ich das nicht so, dass ich draufgehe, weil, äh, warte ich erst mal, weil ihr habt nicht so viele Sachen wie ich. Ich hab' jetzt jetzt... Alter, 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 Alter. Yo, ich hab' ihn plattgemacht, Kalle, ich hab' ihn plattgemacht. Wie geil ist das denn? Nice, Metos. Nice. So, weiter geht's. Okay, das ist gut. So, ich hab' hier fünf Gold. Das ist wohl alles, erst mal. Ich bring's vor jetzt aber zurück. Ich hab' nämlich nur noch ein halbes Herz. Pass auf, ich hab' ne Bitte an dich. Haben wir noch irgendwas zu essen? Ähm, ich hab' noch ein bisschen was zu essen, ja. Ähm, kann ich dir gleich was geben? Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich muss aber erst mal... Also, ich bin nämlich bald tot. Lange, wenn ich mich durchhalten. Ja, komm, dann komm' mal wieder in die Base. Ja, hier, bin bei dir, neben dir. Ach so, hier, hier, da. Ah, gut, 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 gut. Pass aber auf, dass du nicht zu schnell stirbst. Und Metos, 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 ich hab' ne Bitte an dich. Ich nehm' die mal mit. Die setzt du auf den Boden. Das sind unsere Sophias. Das ist ein Schafel mit TNT. Die rennen dann hinter den Gegnern hinterher und zersprengen im besten Fall auch die Brücken vor denen. Wo soll ich die setzen? Wenn du wirklich... Pass auf. Wenn du in einer scheiß Lage bist. Ja. Und du weißt, du stirbst, setz sie vorher einfach. Die bleiben einfach. Auf, wenn du stirbst. Okay, jetzt hast du eins gesetzt. Äh, was? Du darfst die nicht in der Hand halten. Aber ich darf dann nicht die Truhe öffnen, ne? Aber egal, egal. Der rennt jetzt gerade schon hin. Hey, hast du gerade auf mich geschossen? Nein, nein, das war der Gegner. Okay, das war jetzt nicht gut, weil... Ich hab nämlich gerade nicht viel Healing. Ne, dann versteck dich erstmal hier hinten. Das ist doch kein Problem. So, warte. Aber ich mach das diesmal nicht mit dem Ei hier auf, ne? Das wäre ganz blöd. Ja, das Ei darfst du nicht in der Hand halten. Pass auf, ich geb dir noch ein Ei hier. Bitteschön. Ah, okay. Wie die jetzt alle online kommen. Halt, zu denen ist online. Weiß, das ist online. Dann die Wien ist online. Ich bin ja alle mit denen befreundet. Und dann sehe ich das ja natürlich in der Liste. Wenn die online kommen, ey, leck mich doch am Puber. Leck mir die Puppe, du. Okay, der hat gerade hier nochmal Zeugen geschmissen. Ich dachte jetzt, sagtest du okay, wegen mir. Ja, also soll ich mir die Puppe. Nein, nein. Bringt das was, wenn ich in deren Base gehe und setze die Teile? Ja, klar. Das mischt die total auf. Okay. Metas, pass auf, da sind Gegner. Komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück. Äh, sag doch nicht sowas. Warte, warte, warte. So, weil du an mir nicht vorbeischießen kannst, ne? Ja, genau. Ich kann an dir nicht vorbeischießen. Aber jetzt kannst du durchlaufen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ist mir schon klar. Ähm, warte mal, das machen wir mal dahin. Jetzt kannst du hin. Jetzt kannst du durch. Jetzt kannst du durch. Okay, dann auf. Ich kann. Hau da vorn, los. Dann durch. Jawohl, Metas. Gib ihm. Ja. Oh. Wo ist der rechts, links? Wohin? Ja, da ist blau. Blau, blau, genau. Da lang, da lang. Ja, genau. Okay. Wenn sie dich abschießen oder so, dann sofort die Sophias spawnen. Jo. Ja, ich hab die Sophias gespawnt. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Versuch da das Bett abzubauen. Okay. So, okay. Ähm, das Bett abbauen. Das sagt der so einfach. Beeil dich, der blaue, der kommt zurück. Ja, ich kann hier nichts abbauen. Doch, mit der Hand kannst du abbauen. Achtung, der blaue Hinten. Ist es gut? Nein, bin ich nicht. Okay, bau das Bett ab, bau das Bett ab, bau das Bett ab. Äh, ich muss aber mal ans Bett rankommen. Ich brauch noch Sophias am besten. Ne, du kannst mit der Hand die Blöcke abbauen. Was haben sie denn für Blöcke benutzt? Äh, diese, diese Endstones. Okay, wer ist denn in der Base von denen? Ähm, ich. Okay, ich komm jetzt auch in die Base. Ah, die haben solche Truhen auch noch da drum gebaut. Äh, warte, ich bin auf dem Weg. Obwohl, der, der Rote ist schon da. Ich, 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 oh, der Blaue hier, der will zu uns. Aber nicht mit mir, mein Freund. Haha. Das hättest du wohl gewollt, du. Drecks auf. Ähm, okay. Oh, was war denn das? Alter, wo kam das denn da? Da, 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 der Blaue, der Blaue. So. Da, da, die Blauen, die Blauen. Äh, sag mal, sind es drei Blauen? Ja! Haben wir es geschafft? Haben wir es? Ja! Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Party, Party, Party! Danke morgen auf unseren Kanälen. Ja! Moment. Party! Äh, was? Ich konnte es auch nicht mehr anschreiben. Ist schon vorbei gewesen. Okay. Alter, das war auf jeden Fall richtig nice. Ja, Leute. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir und ich denke mal auch wie Metos, dann ähm, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben bei unseren beiden Videos. Also ich spreche jetzt deine Zuschauer und meine Zuschauer an und schreibt schön fleißig in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Könnt ihr auch nochmal so schreiben und wenn ihr verbessertes Vorschläge habt, sowieso immer wieder gerne. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich gebe das Wort an Metos weiter. Metos, die letzten Worte sind hier. Also ich hatte heute auf jeden Fall richtig fun. Das hat richtig Spaß gemacht. Äh, mal nicht wie so ein letzter Noob dazustehen, sondern wirklich auch mal zu gewinnen. War richtig geil. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.